Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Nähvlog. Und heute habe ich wieder ein Thema. Ich glaube, das birgt Potenzial für Diskussionen und ich glaube, vielleicht ist es sogar ein kleines bisschen Zündstoff. Es geht bei mir nämlich heute mal wieder um Bücher und dieses Mal geht es um solche kleinen Bücher, die man in Discountern ab und zu kaufen kann. Ich möchte versuchen, in diesem Video nicht einseitig zu kritisieren, sondern ich möchte wirklich versuchen, verschiedene Seiten zu beleuchten. Die Seite von Buchautoren, die Seite von Kunden, von Nähenden, die Sicht von Leuten, die vielleicht ein bisschen mehr Geld für ihr Hobby zur Verfügung haben, aber auch die Sicht von denjenigen, bei denen das Geld nicht so locker sitzt und ein Stück weit auch die Sicht von Buchverlagen. Ich kann nicht versprechen, dass mir das gelingt. Ich kann auch nicht versprechen, dass ich meinen Schritt raus aus der Rolle als Verbraucherin immer konsequent schaffe. Was ich aber auf keinen Fall machen möchte, ist ein sogenanntes, ich glaube, jetzt müssen wir hier mal kurz YouTube-Vokabular und ich. Nennt man das einen Rant? Ich möchte kein Wut-Video machen. Ich möchte nicht einfach nur sinnlos schimpfen, auch wenn es mit diesen Büchern einen Umstand gegeben hat, der mich sehr, sehr geärgert hat als Kundin, als Käuferin von Nähbüchern. Ja, das war jetzt eine ganz komplizierte Einleitung, vielleicht sogar ein kleines bisschen unklar und verklausuliert, aber ich möchte es einmal kurz zusammenfassen. Bei diesen kleinen Nähbüchern handelt es sich eben um solche Bücher, die es regelmäßig, meistens einmal im Jahr, in Discountern oder Drogeriemärkten zu kaufen gibt. Und bei diesen Büchern handelt es sich um Bücher aus dem EMF-Verlag, die zusammengestellt sind aus anderen Nähbüchern aus dem EMF-Verlag. Das heißt also, man kann es sich so ein kleines bisschen vorstellen, wie das mit der Bravo-Hits-CD und den Alben der Künstler ist. Das hier ist der Sampler. Hier sind von vielen verschiedenen Menschen Schnittmuster drin und das ist erst mal auch nicht schlimm. Ich mache normalerweise um diese Bücher, ja, ich will nicht sagen einen Bogen, aber eigentlich bin ich über die letzten Jahre, wenn es so um Nähbücher im Discounter ging, ja, ich bin nicht wirklich davon angesprochen worden. Das lag daran, dass es häufig keine besonders hübschen Titelbilder gab, dass die Bücher einfach von ihrer Aufmachung her billig wirkten und meistens auch die Schnittmuster da drin eher unattraktiv. Das ist bei diesen Büchern tatsächlich anders. Hier sind attraktive Schnittmuster drin. Schnittmuster, die mich auch bei teuren Nähbüchern schon dazu bewogen haben, sie zu kaufen. Und hier ist auch bei dem hier jetzt weniger, bei diesem hier schon etwas mehr, darauf geachtet worden, dass diese Bücher auch wirklich hochwertig wirken. Also wir haben hier tatsächlich ein Hardcover. Es hat nicht wenig Seiten. Es sind, glaube ich, bei allen Büchern um die 100 Seiten, in dem Fall hier jetzt 96. Es sind 25 Schnittmuster da drin enthalten und, und jetzt haltet euch fest, es hat ganze 2,99 Euro gekostet. Die 2,99 Euro sind bei all diesen Büchern hier einheitlich gewesen und ich sage auch dazu, die kommen jetzt aus einer Aktion, die es dieses Jahr bei Netto gab und diese beiden Bücher hier finde ich, wie gesagt, auch eigentlich gar nicht schlimm. Ich habe bei diesen Büchern durchaus Schnittmuster wiedergefunden, die ich aus anderen Büchern kenne. Hier drin gibt es zum Beispiel einige aus dem Basic-Schnitte-Buch, was ich im letzten Frühjahr auf meinem Blog vorgestellt habe. Ihr erinnert euch vielleicht an den Melonenpulli. Der ist hier nicht drin, aber eben ein paar andere, der Schnittmuster von Fashion Tamtam. Es gibt hier drin auch Schnittmuster, die ich kenne aus dem Funktionsstoffe-Buch oder dem Funktions-Jersey-Buch von Svenja von Lotte und Ludwig und auch noch einige andere. Wirklich auch von bekannten Schnittmuster-Erstellern aus unserer deutschen Essenen. Das ist bei diesem Buch ja auch nicht anders. Auch hier finden sich eben Schnittmuster drin, zum Beispiel von Konfetti-Patterns, also Lissi. Es finden sich von Yes Honey, also 20 Event hier drin, Schnittmuster. Und das sind auch alles wieder Schnittmuster, die es auch schon in anderen Büchern gab. Aber eine bunte Mischung und ich würde sagen, die bunte Mischung macht, dass ich diese Bücher hier als eigenständige Werke akzeptieren kann. Das sind echte Sampler. Das ist genauso, wie man sich eben früher vielleicht, kauft man sich heute überhaupt noch die Bravo Hits? Wisst ihr noch, was die Bravo Hits ist? Naja, ihr seid meine Zielgruppe, ihr seid vielleicht in einem ähnlichen Alter wie ich. Aber bei diesen Büchern ist es wirklich so, dass man einen bunten Mix bekommt und dass dieser bunte Mix vielleicht im Nachgang sogar dazu einlädt, die anderen Bücher, in denen eben diese Schnitte auch enthalten sind, in denen es aber noch einige weitere Schnitte gibt, auch zu kaufen. Das Ganze basiert übrigens auf dem sogenannten Recht zur Zweitverwertung. Das heißt also, die Autoren mussten unterschreiben in ihren Verträgen, dass der Verlag solche Sampler oder solche gemischten Bände mit den Schnittmustern später nochmal herausbringen darf. Es ist also nicht so, dass hier jemand übers Ohr gehauen worden wäre. Das finde ich ganz, ganz wichtig an der Stelle zu betonen, denn diese Zweitverwertung ist bei Verlagen durchaus üblich und kann in ganz vielen verschiedenen Varianten stattfinden. Bei diesen Büchern hier würde ich sagen, ist es tatsächlich auch etwas, was Menschen zugutekommen kann, die sich vielleicht nicht leisten können, die teuren Nähbücher zu kaufen. Also die Bücher, über die wir hier sprechen beim EMF Verlag, die liegen so zwischen 15 und 25 Euro, glaube ich. Ich habe jetzt nicht für alle die Preise nachgeguckt, explizit nachgeschaut, habe sie für zwei Bücher, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen möchte. Es ist also durchaus eine Möglichkeit für Menschen, die weniger Geld zur Verfügung haben, an hochwertige Schnittmuster zu kommen. Trotz allem, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es, es ist auch ein Verramschen von Arbeit, wenn ich lese, dass es hier 25 Schnittmuster für 3 Euro gibt. Da kann keine Burda mithalten, da kann kein Designer selber mithalten, da kann auch niemand von leben. Wenn dann durch vier oder fünf Autoren das, was für Autoren dabei eben am Ende noch übrig bleibt, aufgeteilt werden muss, glaube ich auch nicht, dass es riesig attraktive Auszahlungen an die Autoren geben kann. Obwohl Bücher bei dem Preis natürlich echt was machen über Masse. Was ich problematischer finde, auch wenn ich weiß von zumindest einer Autorin, die bei diesen Büchern involviert war, dass es für die Autoren eben durchaus attraktiv ist, nochmal eine Bezahlung zu bekommen über eine Zweitverwertung, auch wenn die vielleicht nicht so hoch ausfällt, weil man sonst eben häufig nur eine Vorschusszahlung bekommt und nur einmal eine relativ im Verhältnis zur Arbeit gesehen geringe Summe für den Aufwand des Buchschreibens erhält. Trotz dessen, dass ich das weiß, gibt es Dinge, die ich daran eben kritikwürdig finde. Da gehört dazu, dass 25 Schnittmuster für 3 Euro ein echter Ramschpreis sind. Also da kann selbst die größte Billigaktion von Onlineportalen nicht mehr beim Mithalten. Es ist aber noch viel dramatischer, finde ich, wenn es in einer Form passiert, in der es für die Käufer des Originalbuchs ein bisschen den Anschein hätte, als hätte man sie, ja, ich würde sagen, vielleicht sogar tatsächlich ein kleines bisschen über den Tisch gezogen, indem man ihnen das Buch zum Originalpreis verkauft hat und anschließend ein Buch, das fast 1 zu 1 dieses Buch enthält, für ein fünf Stück des Kaufpreises herausbringt. Mir ist bewusst, dass nicht jeder die Bücher im Discounter sieht. Nicht jeder ist Kunde in diesen Discountern. Viele gehen ihre Bücher in der Buchhandlung kaufen und gehen vielleicht wirklich auch, ohne zu gucken, im Discounter am Buch vorbei. Was ich aber tatsächlich problematisch finde, ist dieses Buch hier. In diesem Buch ist das Glitzer-Nähbuch von Delari, von Nine, enthalten und zwar komplett. Wenn ihr also für drei Euro dieses Buch kauft, dann bekommt ihr Nines Buch, was normalerweise 15 Euro kostet und on top bekommt ihr ganze weitere sieben Anleitungen und zahlt eben dafür nur drei Euro. Das ist tatsächlich der Punkt, an dem ich stutzig geworden bin. Das Buch ist auch das Buch, weswegen ich auf diese ganze Situation im Discounter aufmerksam geworden bin. Denn dieses Cover hier hätte mich im ersten Moment nicht dahin gezogen. Die Bilder, die auf diesem Buch hier verwendet werden, sind aber so bekannt innerhalb der Nähe-Szene und so prägnant, weil das Glitzer-Buch eben einfach das erste Glitzer-Buch war oder zumindest das erste, was so erfolgreich war, dass es sich einen Namen gemacht hat. Und wenn ich das sehe und das als Kunde in der Hand halte, dann muss ich ganz ehrlich gesagt schlucken und dann frage ich mich, ob das wirklich so sein muss. Was in meinen Augen als Kunde hier gemacht wurde, man hat ein Buch genommen und man hat einen Weg gesucht, um die Buchpreisbindung auszuschalten, die nämlich, wenn man eins zu eins das Buch hier nochmal aufgelegt hätte, greifen würde und die einfach sagen würde, das Buch wurde für 14,99 Euro verkauft. Es muss wieder für 14,99 Euro angeboten werden. Es ist ja das gleiche Werk. Nimmt man nun also dieses Buch und macht die Texte auf den Seiten ein kleines bisschen kleiner, schiebt vielleicht die eine oder andere Seite zusammen, nimmt ein Bild, was hier über einer Anleitung war und packt es hier als Titelbild zwischen die Kapitel und ergänzt es um weitere sieben Anleitungen. Dann kann man das Buch für drei Euro rausbringen, weil man nicht mehr an die Buchpreisbindung gebunden ist. Denn es ist jetzt ja ein anderes Werk. Es ist jetzt ja ein neues Werk. Es gab es bisher noch nicht mit den sieben zusätzlichen Anleitungen. Weswegen ich das so ein bisschen flapsig und polemisch sage, ist, weil das wirklich etwas ist, wo ich mich als Kunde über den Tisch gezogen fühle. Wo ich mich frage, geht es den Verlagen so schlecht, dass sie darauf angewiesen sind, diese drei Euro Bücher zu produzieren? Jammern die Verlage vielleicht auf einem ganz schön hohen Niveau, wenn sie es sich leisten können, so mit den Kunden umzugehen? Oder gehen die einfach davon aus, dass wir das nicht merken? Das ist tatsächlich die Sicht, die ich als Kunde habe. Wie ich vorhin schon angesprochen habe, die Perspektive für den Autor bei so einem Buch kann durchaus anders sein, obwohl ich weiß, dass nicht alle an diesen Büchern beteiligten Autoren glücklich darüber sind. Und ich habe mich mit mehreren unterhalten und ich weiß auch, dass nicht jedem bewusst war, was diese Zweitverwertung bedeutete. Und auch da muss ich mir die Frage stellen, ob das nicht eigentlich, sollte sowas nicht erklärt werden? Sollte man als Verlag nicht da mit offenen Karten spielen und gegenüber allen Autoren sagen, pass auf, Zweitverwertung bedeutet nicht, dass vielleicht irgendwo zu Werbezwecken ein Schnittmuster aus dem Buch mal kostenlos rausgegeben wird. Zweitverwertung kann auch bedeuten, dass dein Buch hinterher wirklich zum Schleuderpreis im Netto zwischen der Nähmaschine, die nicht richtig näht und der Schere, die nicht richtig schneidet, liegt. Ich finde das aus dem Grund eigentlich, dass es die Aufgabe der Verlage wäre. Und wie gesagt, ich kann hier nur sagen, was mir zugetragen wurde von Autoren und ich sage natürlich nicht, von wem. Aber es wird in letzter Zeit vermehrt mit Bloggern zusammengearbeitet für Nähbücher. Und ich habe selber auch durchaus schon mal überlegt, ob das was für mich wäre. Ja, es ist tatsächlich auch irgendwie ja so ein kleines bisschen ein Traum, dass man sein eigenes Buch hat, was irgendwo im Regal steht. Und es ist ja, sagen wir mal ganz ehrlich, wir sind in Deutschland, man braucht was auf Papier. Sonst ist man ja nichts. Hat man ein Buch gemacht, dann ist man Autor. Hat man digitale Schnittmuster, dann ist man in den Augen immer noch vieler Leute einfach nur die Nähmutti, die was von zu Hause aus macht. Von daher hat so ein Buch natürlich einen gewissen Reiz. Aber ich glaube einfach, der Punkt ist, dass viele der Blogger nicht die Erfahrung mit Buchverträgen haben, die die Autoren haben, die früher wirklich ausschließlich solche Bücher geschrieben haben, für die eben das Autorendasein der Hauptjob war. Und die entsprechend vielleicht auch mit Agenturen zusammenarbeiten, die solche Verträge erklären. Natürlich, jeder kann Verträge von Anwälten prüfen lassen. Jeder kann sich dazu Beratung holen und niemand muss die Dinge einfach so unterschreiben. Es liegt immer auch in der Verantwortung der Person, die es unterschreibt. Aber ich finde, es hinterlässt einen Fadenbeigeschmack, wenn ich dann höre, ja, mir gefällt das nicht. Ich kann da aber nichts dagegen machen. Ich wusste nicht, was ich da unterschreibe. Es hat mir niemand gesagt. Das finde ich dann doch auch schade. Das Buch hier ist nicht das einzige Beispiel, bei dem es so ist, dass das komplette Buch enthalten ist. Es gibt noch eins, bei dem es ähnlich ist, was ich auch in diesem Kontext gefunden habe, auch wenn mir das Cover anders aussieht. Ich muss meinen Zettel mal einmal abmachen. Da habe ich mir nämlich drauf notiert, wie die Unterschiede aussehen. Das andere Buch, was ich meine, ist einmal hier dieses Einsteigerwerk und es enthält ein anderes Einsteigerwerk, nämlich das Hello Name Machine von Tweet & Greet. Und man sieht hier oben, es gibt hier ganz viele blaue Zettel. Das ist alles das, was aus diesem Buch stammt. Es gibt hier ein paar grüne Zettel. Das ist das, was aus diesem Buch nicht verwendet wurde, nämlich eine Anleitung, die Danksagung und ein Thema, wo es um Quellen, um andere Nähbücher ging zum Weitergucken. Und hier hinten gibt es noch so ein paar kleine pinke Zettel. Das ist eine andere Anleitung, die hinzugefügt wurde. Also im Prinzip haben wir hier den Austausch von einer Anleitung, um es zu einem neuen Werk zu machen. Und auch dabei ist der Preis für das Original bei 15 Euro und das Discounterbuch bei 2,99 Euro. Ich möchte jetzt nicht allgemein irgendwie Wut auf Verlage schüren. Mich interessiert aber trotzdem sehr, wie es euch gegangen wäre, ob ihr auch einen Unterschied empfindet zwischen Büchern wie diesem, wo ein komplettes Buch drin steckt oder diesem hier, bei dem es eben ja tatsächlich mehr so der Sampler ist. Und ja, ich weiß gar nicht, wie man das im Vergleich anders nennen sollte, wenn dann das ganze Buch enthalten ist. Mich würde das interessieren, wie eure Meinung dazu ist, wie eure Meinung auch dazu ist, was für eine Daseinsberechtigung solche Angebote haben. Ist das für euch so, wie wenn ihr das Markenprodukt kauft oder dann eben im Discounter vielleicht die Replik, die aus dem gleichen Hause kommt? Oder empfindet ihr das dann in diesem Kontext doch etwas anders? Das interessiert mich und da würde ich gerne mit euch darüber diskutieren. Aber ich würde auch euch bitten, dabei sachlich zu bleiben und vielleicht auch ein kleines bisschen die unterschiedlichen Seiten zu beleuchten. Denn ich denke, es ist durchaus eben so, dass wir in unserer Nähwelt, das habe ich schon mal in meinem Video, in dem es um die Frage der Diversität und den Rassismus ging, gesagt. Es gibt eben ganz viele verschiedene Gruppen in unserer Nähwelt, die häufig schlecht dastehen. Und eine dieser Gruppen sind die Leute, die gerne nähen möchten und nicht so viel Geld zur Verfügung haben. Deswegen ist für mich eine ganz wichtige Frage, ob wir vielleicht diese günstigen Angebote brauchen. Macht es einen Unterschied, dass das eine Aktion ist, dass man das nur eine Woche kaufen kann im Vergleich dazu, dass man das Original, das ganze Jahr über Jahre immer wieder kaufen kann. Ist für euch die Aufmachung der Bücher ausschlaggebend, ob ihr das eine als hochwertiger empfindet und das andere vielleicht nicht kaufen würdet? Lasst mich einfach mal wissen, was sind eure Kriterien? Was ist euch wichtig bei Nähbüchern? Wie fühlt ihr euch mit solchen Angeboten und auch mit dem Wissen, dass da ganze Bücher drin enthalten sind, die man vorher vielleicht zu einem anderen Preis kaufen konnte? Und lasst uns einfach ein kleines bisschen darüber in den Austausch kommen. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht Magenschmerzen und Wut im Bauch verursacht. Und natürlich werde ich auch weiterhin liebend gern schöne Nähbücher aus dem EMF Verlag und auch von Bloggern vorstellen. Denn ich finde, das sind Bücher, die unserer Nähwelt gut tun. Und ich finde, da gibt es tolle Schnittmuster, da gibt es Talente, die dadurch ein Stückchen mehr in die Öffentlichkeit gerückt werden. Und das sind für mich alles Argumente, die für Nähbücher sprechen. Und ich möchte auf keinen Fall irgendwelche negativen Auswirkungen für Autoren oder Verlage mit diesem Video provozieren. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und ich freue mich natürlich, wenn ich demnächst wieder Bücher rezensieren statt kritisieren kann. Und freue mich natürlich auch über ein Däumchen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat, über ein Abo, über einen Klick aufs Glöckchen, damit ihr, wenn das nächste Mal solche dramatischen News aus der Nähszene warten, informiert werdet. Und hinterlasst mir unbedingt eure Meinung zum Thema in den Kommentaren. Macht es gut, näht was Schönes, egal ob aus dem oder dem Buch oder aus einer Zeitschrift oder im digitalen Schnittmuster. Verbringt eure Zeit einfach mit etwas Schönem, das euch Freude macht. Und schaltet zu meinem nächsten Video definitiv auch wieder ein.